Die Flugsicherung wird angerufen! Air, Authorities, Flug-Sicherheitsbau und Schönefeld. Nevin, darf ich das Licht jetzt einschalten in den Ballon? Genau, warte mal, ne, warte mal, ich sag's dir wirklich mal. An die Rechtsanwälte! Nach dieser Genehmigung werde ich in acht und zehn Minuten den Start durchführen müssen. Dann werden wir die Ballone noch mal runterholen, da gibt's noch keinen Aha-Effekt. Zwei, Eins, Liftoff! Zwei, Eins, Liftoff! Na los! Uuuuh! Oieieieiei! 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 Oh Gott! Ich habe jetzt noch das Tele, schade. Ich bedanke mich recht herzlich und freue mich auf eurem Berufsbeherrchen zu starten. Es ist eine halbe Stunde zu spielen, aber sie sind doch gut zu sehen. Ja, auch bei Vollhardy sind es einfach nur ein paar Pixeln im Spiel.